Das Brother MFC J5620DW, die neue Generation Tinten-Multifunktionsgerät für alle Aufgaben am Arbeitsplatz. Die XL-Tintenpatronen bieten eine bis zu viermal höhere Reichweite im Vergleich zu Standardpatronen. Der automatische Duplex-Druck ermöglicht zusätzliche Einsparungen durch weniger Papierverbrauch. Die vordere Papierkassette bietet 250 Blatt Papierkapazität bis zum Format DIN A3. Die hintere Multifunktionszufuhr verarbeitet bis zu 80 Blatt Papier. Mit dem Einzelblatteinzug bedrucken Sie bequem Umschläge und anderes Spezialpapier. Flexibles Papiermanagement bis zum Format DIN A3 in einem kompakten, platzsparenden Gerät. Mit dem integrierten ADF kopieren, scannen und faxen Sie schnell und einfach mehrseitige Dokumente. Drucken und scannen Sie drahtlos von überall in Ihrem Büro. Auch mit Ihren Mobilgeräten über AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan und Wi-Fi Direct. Über das 9,3 cm große Touchscreen Farbdisplay navigieren Sie schnell durch das Menü und greifen im Handumdrehen auf Brother Apps und mit WebConnect auf verschiedene Cloud-Dienste zu. Brother at your side Brother at your side Heavenly fluctuier ich hier und